Ich begrüße, meine Damen und Herren, dass du gekommen bist. Ich hatte vorgestellt, wie wir uns den Ablauf vorstellen. Wir sind jetzt noch in der Vorstellungskunde. Ich würde dich bitten, dich ganz kurz vorzustellen und zu sagen, für wie du arbeitest oder wofür du stehst. Und vielleicht auch noch mal zu sagen, was dir der heutige Bedenktag bedeutet. Mein Name ist Marga Tramm. Ich bin Vertreterin des Bundes der Alternatiegeschädigen und Zwangsstilgesellschaften. Wir waren bis Ende 2009 beim Verein. Dann hatten wir uns, weil wir keine Finanzierung mehr bekamen. Das heißt, dass man uns so viele Schwierigkeiten machte, auflösen als Verein und arbeiten jetzt als Arbeitsgemeinschaft weiter. Und in unserem Mund sind viele Menschen, die sich dort zusammengefunden haben, Opfer, nämlich einfach der Zwangsstilisation und auch Alternatiegeschichte. Das heißt, die Kinder sind die Angehörigen, die ermorden. Und wir haben auch die dritte Generation, die in unserem Mund sich zusammengefunden hat. Und unser Interesse ist, einmal eine Schädigungsleistung zu bekommen für die Opfer, beziehungsweise die Verfässerung zu bekommen. Und zum anderen möchten wir endlich, dass diese Opfergruppe als rassisch verfolgte Angegründung werden. Das ist unser Ziel. Und wenn Sie nachher fragen, dazu haben wir Sie vielleicht noch ergeben, kann ich dazu was sagen. Die Opfer, die sich bei uns versammelt haben, was sie verbindet, ist dieses, was sie erlebt haben. Da gehören sogenannte Angegründung dazu. Da gehören Prostituierte, Zeugnis, Hohengast, politisch verfolgt, jüdische Menschen, Sinti und Roma eigentlich alle an den anderen Opfergruppen, die aber speziell jetzt zusätzlich noch aus der Stichwortisierung und Verfolgung, braucht man die Zwangsstiftung, die wir gelitten haben. Oder aber aufgrund ihrer Zuhörigkeit zu der einen oder anderen Gruppe, die Angehörigen, die heute nicht übernommen sind. Und als Ziel dieses, also dieses heutigen Tag, habe ich persönlich ein Problem mit mir zu geben. Ich bin aber trotzdem gekommen, weil mir das anliegt, weil es sehr wichtig ist, denn die offizielle Kinder, die an diesem Tag verkündet werden, die sind oftmals für die Opfer hohen, nämlich für diejenigen, die ausgegrenzt sind, die sind nur ganz bestimmte Opfergruppen, die im Fokus stehen und andere nicht. Und wir setzen uns für die Opfer ein, die nicht offiziell geernt werden oder gedacht werden, wie auch immer, wie es es will. Das ist aber nicht kritisch der Sache.